Okay, Hannah, dann geht's jetzt los. Ja, dann geht's. Was ist mit dir, Hannah? Kristen, ich sehe mich einfach überhaupt nicht als Tee-Zucker-Fee. Hm, ich hab da etwas, das dir vielleicht helfen könnte. Hier, probier die mal an, ja? Sie haben mir damals auch geholfen. Wow, die sind wunderschön. Wahnsinn, die, die glitzern so schön. Hoppla, wo, wo sind wir denn hier? Im Schlaraffenland. Oh, und wir haben hier die Zuckerfeen-Kostüme an. Und Pirouette trägt Entity. Willkommen. Du bist der Prinz. Stets zu Diensten. Hörst du die Musik? Der Schneeflockenwalzer. Wauw, 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 wauw. Wow! Einfach wunderschön. Und sie können so unglaublich gut tanzen. Genauso gut wie du. Das war einfach wunderbar. Seht nur, da ist ein Nussknacker. Hallo, Hannah. Ah, äh, oh, hallo. Herzlich willkommen. Darf ich um diesen Tanz bitten? Christian, bitte tanzt doch mit uns. Sehr gern. Buh-Buh-Buh-Buh-Buh. Wow, das war unglaublich. So, und jetzt bist du dran, Hanna. Oh, und nicht vergessen, eine Zuckerfee braucht ihr Diade. Danke sehr. Kannst du dir jetzt vorstellen, eine Zuckerfee zu sein? Ja, das kann ich. Ja, das kann ich nicht vergessen. 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 Ja, das kann ich nicht vergessen.